Für unsere Firma bedeutet Innovation, mit dem Fortschritt mitzugehen, immer auf dem neuesten Stand zu sein, nachzudenken, was wird in Zukunft an Fahrzeugen, an Aufliegern gebraucht. Die Innovation bei diesem Verdeck ist, dass wir keine drehende Bewegung haben, das heißt wir stellen diesen Deckel nicht auf, sondern der gleitet auf der Seite hinunter, das hat den Vorteil, wenn er dieses Schüttgut, dieses lose Material, nehmen wir zum Beispiel Getreide her, in einer Halle muss runterschieben, kippen kann er nicht, weil die Halle ist zu niedrig. Das Dach kann er auch nicht aufstellen, jetzt mussten wir uns was einfallen lassen, dass das maximal einen Meter in der Höhe aufträgt und einen Meter in der Breite aufträgt und dann ist das durch ständiges Nachdenken und Verbessern, Verbessern ist das jetzt so entstanden, und dieses Verdeck.